Und da sind wir auch wieder hier bei Left 4 Dead. Ich bin ja mal gespannt, ob wir diese Folge überstehen werden. Beginn der Zombie-Apokalypse, jetzt! Ich wünsche einen schönen Grüße an den guten Sarazar, an den Bronk, an alle anderen. Ich grüße euch alle Zuschauer, alle Zuschauer. Ich grüße meine Mama. Ich glaube, ich bleibe hier drin. Ich grüße alle, alle, die es gibt. Ich grüße alle Franks. Ich grüße alle Sabinen. Alle Bobis. Alle Sabinen. Alle Sabinen. Oh, hier ist Brand-Munition. Cool. Ich grüße einfach alle. Heiner Brandt? Hier ist die Männer-Toilette. Was machst du hier? Ja, beim Tower-Toilette. Warte, zurückkommen, zurückkommen, zurückkommen. Hier ist Brand-Munition. Bedient euch. Brauche ich nicht. Na, Zombie-Feuer. Brauche ich nicht. Okay, warte, ich komme. Das war zu der letzten Folge. Äh, nix. Gar nix. Ich war einfach Pro. Geh. Brennt ihr Motherfuckers. Sagt ja und lief durch die Flammen. Weil ich es kann. Oh, ich hasse diese Einkaufszenten-Maps. Weil die einfach so groß sind. Boah, das ist superschwer. Das ist echt schwer. Das werden wir nie schaffen. Mit dem Auto? Ach nein. Das schaffen wir im Leben nicht. Das schaffen wir sowieso nicht. Das ist doch gut. Okay, das Auto mit Benzin betanken. Ja. Ja, aber da passt sehr, 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 sehr viel rein. Und die Kanister sind sehr, sehr klein. Hier ist überall Kanister und die müssen wir alle zum Auto bringen. Kanister. Wir schmeißen die am besten. Alle erstmal zum Auto hinschmeißen. Und dann erst später auffüllen. Also, wenn ihr Container habt, einfach vor das Auto werfen. Und dann, der, der aufhüllt, wird dann gedeckt von den anderen drei. Sollen wir zusammen rumlaufen? Ja, ne? Okay, wir sollten aber zu zwe... Ähm. So, gehen wir wieder rein. Wer war das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das ein Tank, den wir hätten brauchen können. Ich hab einen Bubba getötet. Ups. Ja, Alter. Wer war das denn? Aua. Ich hab mir, glaube ich, den kleinen C gerade verstaucht. Oh. Ich hab Muskelfaserriss. Ich hab Brücken. Ja, komm hier. Ich tu mal was für die Allgemeinheit und werf den ersten Kanister dahin. Hier gibt's, hier gibt es, ähm, Medikids. Den Sie aber nochmal, bitte nicht auf die Kanister, ne? Ich hab, ich hab nicht mal geschossen. Ich war das gar nicht. Ja, nur mal so. Ernsthaft nicht. Bestimmt der Tarus. Oh ne, nimm den Keks zurück, Tobi. Wir alle irgendwie... Na, komm. Ja, wir laufen alle verstreut, wir werden vielleicht zusammengelaufen, aber egal. Also wie gesagt, wir konnten nach unten schmeißen. Wie schmeißt man nochmal mit eh, ne? Einfach mit linke Maustaste. Gümlich einfach um alle Zombies hier unten. Ich hab glaube ich gerade ein Tank gehört, kann das sein? Tobi, Achtung. Hallo. Ja, da kommen einige. Boah, 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 boah. Nicht auf den Tank schießen am besten. Also wie das gerade irgendjemand gemacht hat. Voll der Dumme. Hab'n Schocker. Hab'n Schocker. Was, du hast den Dustin? Torsten Torben. Gernst du den? Sehr gut. Oh, hier ist... Oh. Oh. Also wie gesagt, erstmal das ganze Zeug da hinschmeißen. In die Nähe. Aua. Super Deckung hier von hier unten. Ach, jetzt hört doch mal auf hier, Dreckszombies. Ihr habt ja kein Leben. Ne, nicht mehr. Nein, da müssen LPs gucken, ey. Ich hör'n wo ein Jockey oder sowas. Wie viel Kalister brauchen wir denn ungefähr? 10, 15? Weiß ich gar nicht mehr. 13, steht doch da oben. Oh, das ist so klein, das... Das konnte ich gar nicht sehen. Oh, da ist ein 3K-Monitor. Ja. Versuch mal einzufüllen. Ja, füll mal ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schlehrer gerade. Okay, dann noch nicht, dann noch nicht. Ich werf' den noch nicht. Mach mal. Ja, obwohl, Tobi, kannst du einfach mal machen. Ne, dann kommen die Tanks, glaub ich, gleich. Ah ja, genau. Ich hör' was. Jetzt ist erstmal incoming gerade. Okay, warte, ich hab' ne Rohrbombe. Achtung, hinter dir. Dennis. Ich hab' bei euch geht's los. Ich hab' auch eine gefunden. Hier. Huma. Nein, nicht da hin. Der ist explodiert. Was soll ich machen? Ich seh' nichts. Nein. Nein. Die ganzen Kanister sind im Arsch. Oh nein. Alle Kanister sind weg. Ja, das war's jetzt im Grunde. Das gibt's ja nicht. Mach's das jetzt? Achtung. Ja, ich glaub' nicht, dass die neu spawnen, oder? Ja, wir müssen ja ganz schön. Wir enden hier. Ne. Vielleicht kommen die auch... Ich weiß es nicht. Boah, das war superschleck. Alter, wer schießt denn die ganze Zeit auf diese Scheißdinger? Ne, ich schieß auf die Zombies. Ich hab' grad mit den ersten da wieder hingelegt. Oh ja, ein Tank. Oh nein. Ja, das schaffen wir nicht mehr, das kannst du vergessen. Was ganz hängen? Ich schmeiß mit Stein. Ey, kracke. Aber die Kanister spawnen wieder an den selben Stellen neu. Das bringt uns zwar weniger, was die noch schaffen werden, aber ich wollte es noch mal sagen. Aber... Warte, kannst du nicht wiederbeleben? Versuchen? Ne, ich bin grad, äh... Werde gerade mit einer Zunge anges... Keine Ahnung. Wird grad vernascht. Das ist der letzte Überlebende. Ja, und der Tank ist bei mir. Irgendwas hinter mir gerade? Ja, ein Tank. Lascha? Du hast Probleme. Ein großes, dickes Problem. Ich bin tot. Bin nicht mehr lebendig. Was da? Aua. Oh, ein Spitter. Ganz genau, Alter. Er hat noch gefehlt. Ja, Tank kommt wieder. Was sich aufzuheben kann, eine sehr schwere Sache werden. Versuch, schnell, komm. Bis der hier ist. Ja, bei dir stehen die ganzen Viecher rum. Ja, ich bin tot. 10, 7, 4, 1, tot. Ja, Sascha ist auch gleich tot. Das kannst du vergessen. Alter, das muss man nochmal machen. Was? Ich hab das Level noch nie gespielt, ne? Deswegen... Das wär ein Wunder beim ersten Mal. War halt vielleicht ein Einstieg und, äh... Haben wir jetzt alle mal nochmal gesehen. Und jetzt machen wir das in der nächsten Runde besser. Oder noch schlechter. Ah, ich war grad tot. Boah, war das krass. Okay, also... Nicht auf die Kanister unten schießen, wenn die alle da rumliegen. Ihr habt da nicht drauf geschossen. Ich auch nicht. Soll mal zu sagen. Ne, ähm... Da wo die vielen da rumlagen, da hätten wir... Ja, da lag... Der Bogen ist da hochgegangen, Alter. Warte, warte. Komm, wir nehmen uns erstmal nochmal hier so ein Erfrischungsgetränk mit. Erfrischungsgetränk? Erfrischungsgetränk. Zwei. Oh, hier. Mh, lecker. Bis Y. Der wird nie mehr Kopf einer großen Bande. Ha, ha, ha. Ernsthaft? Ja. So, ich stell mich jetzt hierhin für den Char-Char, der euch jetzt gleich alle töten wird. Der Char-Char wird nicht mehr kommen, das ist immer so ein Zufall. Bei unserem Glück kommt der jetzt wieder. Mit Tank. Kein Jockey. Ja, ich hör's schon. Und der Jockey. Ruhig dich. Ruhig dich. Ruhig dich, ganz ruhig. Am besten die Gewehre auf die Tür halten. Auf dich halten? Was da kommt. Okay, wir gehen sofort raus, sofort raus. Das hat gar keinen Sinn da drin stehen zu bleiben. Komm! Und direkt zu den Tanks. Ich geh hier mit Tobi hier hoch. Hier geht die... Genau. Genau. Oh ja, geil. Auch geht's ja relativ schnell. Das ändert sich gleich. Was? Okay, gut, dass du dahin gehst. Wie schmeiß ich denn was? Linke Maustaste. Einfach klicken. Oh, sorry. Das wär's ein Zombie. Oh Gott, jetzt kommt die Incoming Attack. Ja, ich hab auch grad so nen scheiß Tank. Ach fuck. Wie schmeiß ich was? Ich kann's nur... Linke Maustaste. Ja, linke Maustaste. Und unten nicht hinschießen. Nü, nü. Extrem uncool. Weg! Ich bin mal so dreist und fülle das Ding einfach mal, bevor nachher wieder irgendwas in Luft geht. Ja, mach mal, ich hole die anderen Dinger. Huh, achso. Ich wollte gerade sagen, was war das denn? Oh, danke Dennis. Ja, ich hab ne scheiß Waffen gesehen. Du hast den Arsch gerettet. Danke. Na bitte, gerne. Der Perzett ist übrigens immer noch krank, ich schreib dir nochmal gute Besserungen einfach mal. Nee, hab nicht verdient. Ach komm. Nein, ist nicht wahr. Ey, behindert. Bist du Tobi? Ich häng hier oben an der Reding, die kann da nicht drüber springen. Ernsthaft? Sascha, geh du auffüllen, ich geh da hin. Ich bin die Affe dabei. Das ist doch nicht wahr, ey. Nee, nee, komm. Patrick, muss. Tobi, Dennis sagt, Tobi. Dennis, Dennis hilft mir schon, Dennis hilft mir schon. Alles gut, alles gut. Ist ja nicht so, dass hier nichts zu tun wäre. Alter, wie dumm, dass die da nicht hoch kann. Ja, das ist so behindert. Pass auf Tobi. Ja, ja, ja. Alles gut. Bis euch. Mungos. Warte, 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 warte. Kommt Sascha. Ich bin komplett tot. Oh fuck, ich werd hier grad von so nem... Ah, nein. Dennis, Dennis, am Auto. Ich bin getroffen. Smoker. Wo, wo, wo? Hinterm Auto. Dennis. Ich hab... Oh. Dennis, hinter dir. Oh. Tobi. Ich lebe noch, ich lebe noch. Kommt ruhig, kommt ruhig. Ich bin tot. Ja. Tobi, du musst uns den Arsch retten, Alter. Wir liegen in der Säure. Rechts vorm Auto. Achtung, Charger. Charger. Ho, 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 ho. Nein, 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 nein. Alter, 8 von 13 gerade mal. Tank, Tobi, tank, tank, tank. Das war's. Nein, das kann nicht wahr sein. Hallo. 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 Alter. Das gibt's nicht. Ich kleb fest. Alter, zwei Tanks? Nee. Ein Charger. Boah, Alter, was ne Mission. Weißt du, was wir machen jetzt? Wir trennen uns jetzt in zwei Teams. Das hatten wir ja grad schon gemacht. Zwei? Nee, grad war das aber ein bisschen unkündig. Zwei gehen, äh... Nur der beste Rennfahrer aller Zeiten. Vielleicht liest du meinen Wunsch. Wir sollten uns vielleicht mit mir Shotgun mitnehmen. Shotgun. Ja, für den Nahkampf vielleicht echt besser, oder? Ja, vielleicht zwei Shotguns und zwei Gewehre. Amen. Entschuldigung an alle, die hier zusehen, aber wir sind auch keine Pros. Doch. Eigentlich schon. Also ich. Ich fühl mich schon sehr Pro-mäßig so. Ja. Bist du? Ja. Hast du zum Beispiel diesen... Ich fahr bei einer hier. Ja, wirst du sowieso im Fahrstuhl warten. Sascha, komm. Wir fahren, wir fahren alleine schonmal. Okay. Los. Patrick wieder, ey. Wirds eigentlich nicht hier oben schon anfangen oder runterspringen? Ne, ne? Warten, Alter. Na gut. Na gut. Ey, war cool. Geil. Ey, setz. Oh, ja, ich wollte dich schon immer verprügeln. Ey, hört mal auf hier. Oh, ja. Oh, ja. Steckt euch doch nicht an. Ich bin doch infiziert. Was? Wir müssen nicht töten. Wir müssen nicht. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Beruhig dich. Beruhig dich, Coach. Beruhig dich, Daraus. Komm wieder zu dir. Daraus ist es ausgebrochen. Okay. Ich pack mir direkt den ersten Tank und geh zum Auto. Tadaa. So. Ich glaube, ich reich mal hier hoch. Ich laufe dem Dennis mal hinterher. Ich rette ihn jetzt immer in seinen Arsch. Im Grunde müsstest du erstmal komplett ganz nach oben. Und dann die erste Etage und dann unten einsammeln. Na, er ist drin. Nach Fug. Okay. Nein. 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 Oh, Dennis. Das war's. Ich bin tot. Wir kommen jetzt. Gib mir Deckung. Gib mir Deckung. Ich bin tot. Patrick. Darf nicht wahr sein. Nein. Ich bin auch tot. Werf einfach runter. Wo ist der Tobi? Na, da wo ich vorhin auch war. Der Hunter hat mich. Ach so. Da kommt ein Joker hoch. Patrick. Ja, ich komme. Gibt es doch gar nicht. Hey, neben dir. Pass auf Patrick. Was? Patrick, Patrick hast du. Hey. Hey. Kein Problem. Tobi, lebst du noch? Ne, ich bin tot. Ne, ich bin tot. Komplett. Patrick, wir packen das. Ja. Natürlich. Sascha lebt auch noch, ne? Ne, ich bin tot. Okay, Patrick. Ja, da kommen noch ein paar. Scheiße. Scheiße, mein Scheiße. 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 Keine Chance. Ach klar, ist gar kein Problem. Das ist doch zu kotzen, ey. Böse raus. Kriech Black. Kriech Black kriech da. Oh, nein. Ich bin runtergefallen. Oh. Ja, da hier. Da hinten irgendwo. Hier, hier. Genau da. Da links. Na ja. Oh. Brauchst du Hilfe? Ne, läuft. Aber wer läuft denn da hinten? Patrick. Ja, ich. Du brauchst doch keine Hilfe. Alter. Du kriegst Besuch. Nein. Ist der dumm. Ist der tot? Ne, ne. Patrick, was machst du da? Das ist ein Tank. Ja. Warum? Warum gehst du denn auf den Zug? Oh, nein. Ich dachte, ich könnte hier... Patrick, was machst du denn da? Ich dachte, ich könnte hier runter springen. Läuft das nicht. Hab ich vorhin auch probiert. Aber es klappt nicht. Alter. Vor allem, wie sie da jetzt hängt, als wenn sie da nicht mehr hochkommt. Ja, übrigens, das ist Left4D2. Läuft der Schnurrstock auf den Tank, so. Richtiger Typ. Das war's. Und Ende. Ich glaube, ich falle. Er tritt mir doch nicht so... Alter, das ist doch voll essig von dir. Alter, es ging jetzt echt schnell. Guck mal, der schwebt. Nein. Wir treten dich. Türkenkreis. Er tritt mir auf den Kopf. Er tritt mir auf den Kopf. Ich lebe noch. So. Neue Runde. Neues Glück. Wir sollten vielleicht auch mal beachten, dass unten neben dem Auto nochmal ganz viel Heilzeug rumliegt. Ein sonstiger Star. Ja, aber wir sterben ja meistens alle dadurch, dass wir irgendwie einen Hunter oder sowas auf uns sitzen haben. Vielleicht ist das mal ein Buch oder ein... Das heißt, wir müssen echt zu zweit durch die Gegend laufen. Ja, das stimmt. Der Tobi läuft mit mir. Oder zu viert. Vielleicht ist zu viert noch besser. Ja, lasst zu viert und dann... Genau. Und dann holen wir uns immer die ganzen Kanister einzeln und ist vielleicht besser. Tornister. Also immer zusammen und auch wirklich darauf achten, dass wir zu viert sind. Sonst hat das echt alles keinen Sinn. Hallo. Oh. Da lebt niemand mehr. Huh? Geh los. Na gut. Also, Evakuierung ist nicht. Wer eine Tür hat, möge sich jetzt... Ah, Karos, du musst gelösen. Lass mich. Manu. Ah. Du bist New Orleans. Das ist ja ein super Plan. Aber die tanken die Autos für den Sonnen. Der. Wie der Herste der hier raus ist. 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 Wie gerne ich jetzt das Shotgun. Ihr rammelt hier los. Ja, das sagt der... Glaub ich auch. Wirklich. Also... So. Erstmal uns mit Sachen hier eindecken. Am besten eine Rohrbombe mitnehmen oder sowas. Ihr übrigens, die vorne liegen, oder? Brrrr. Hier sind Mini-Kids auf jeden Fall noch. Komm, wir müssen zusammen losgehen. Wir müssen zusammen losgehen jetzt. Sollen wir nicht wirklich zu viert laufen? Weiß nicht. Dann hätten wir wenigstens Chancen uns immer zu helfen. Oh, ho, ho, ho. Da ist schon Tobi. Ja, ja. Erstmal die beiden hier holen. So. Zwei holen, zwei geben Deckung. Hm. Adrenalin. Das ist schön. So, Tobi holt du mal den Kanister. Das ist gut. Patrick, Patrick, ich komme neben mir hier. Ich komme jetzt da links durch die Tür. Oder Treppe. Warum rennt ihr denn da hinten rum? Wir sollten doch zusammen rennen. Jetzt Sascha holt Patrick den nächsten Kanister. Oh, geil. Oh, geil. Oh, nein. Oh, oh. Krass. Habt ihr die beiden Kanister von hinten? Ja. Ja, wir können weiter, wir können weiter. Warte. Wir können uns hier, Tobi, warte mal kurz hier. Hier durch die Scheibe nach unten. Hier. Bist du sicher? Ja. Ich hatte da wieder der Hängende. Nee, nee. Ich hab noch einen Kanter. Geh mal die Rohrbombe auf, Tobi. Geil. Hier sind die nächsten zwei. Tobi, nimm mal einen. Patrick, nimm mal einen. Ich brauche Deckung. Ich schmeiße jetzt erstmal hier runter. Das rört. Hier ist noch ein Molly. Hi. Oh, oh, oh. Okay, 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 runter. Wir können runter. Wir können runter. Haben wir genug? Ja, ja, ja. Hier oben schon. Da war schweres Trampeln. Komm, Tobi, schnell weg hier. Fuck. Wer liegt jetzt nicht ernsthaft? Gebt doch mit E auf, ne? Ja. Ich wurde angekotzt. Das ist unglaublich. Scheiße, ich bin tot. Nee, noch lebe ich. Ich lebe noch. Fuck. Da wird denn das Feuer hingeschmissen. Ah, scheiße Tobi. Was denn? Der hat dir angezogen von so'n Vieh. Wo denn? Wo denn? Dahinten. Nee, nee, warte, ich komme. Tobi! Tobi! Oh! Ich füll grad den Treibstoff ein. Alter, der Tobi hat mir den Arsch gerettet. Nee, Patrick war's. Patrick, danke. Ja, gerne. Tank! 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 Molli, raus! Ich hab keinen. Ich hab einen. Ich bin tot. Fuck! Dennis, hinter dir? Ich hab einen Tank! Boah, sehr gut. Ist er tot? Nee. Nein. Ich hab da oben. Oh, die war super schlecht gebrochen. Oh, nein, 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 nein. Knall den Fett, Asha. Warte, wie viel muss man denn auf den Raum schießen? Der ist tot. Nee, doch nicht. Alter, der hält ja viel mehr aus als... Ich bin tot. Scheiße, das gibt es nicht. Pass auf, Sascha! Der ist tot, ist tot, tot, tot. Oh, fuck, 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 fuck! Ich muss nachladen, ich muss nachladen! Okay. Tobi, Tobi, Tobi! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Hier, 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 ja, 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 ja. Und danach kriegt alle Heelen. Heelen, die haben Medi-Picks, äh, Picks, Packs. Fuck, der ist tot. Ja, der ist tot. Nein, 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 warte, 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 warte. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Ich muss den Patrick hochhelfen. Hinter dir, hinter dir, hinter dir! Ja, ja, ja. Oh mein Gott! Yes! Heilen, heilen, aufpacken, ne, ne, doch nicht heilen. Uh, uh, uh. Ah, ich lieg schon wieder, ich lieg schon wieder. Ja, warte, warte, warte. Komm bei dir. Alter. Gib ich grad hoch. Ah, fuck! Ja. Nein, Sascha, Sascha, ich werd grad von dem... Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Nein! Wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Was noch? Ich heile nicht. Doch, Medi-Kids alle mitnehmen. Hey, warte mal. Boah. Alter. So. Wir hätten noch zwei, okay, wir brauchen noch... Oh Gott. Wir sollten, wir dürfen nicht überlegen, wir müssen hoch oder sowas. Ja, ja, hoch. Okay. Oh. 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 Oh, Mann, ey. Oh. 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 Hier ist auch noch einer, hier ist auch noch einer. Katja! Alter! Ich bin tot. Ich bin komplett tot. Scheiße, mein. Scheiße. Scheiße, mein. Scheiße. Scheiße. Doch. Oh. 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 Snapping Sachen. Zwei liegen unten, zwei liegen unten. Die Frage ist, Wie kommen wir auf die andere Seite? Oh fuck. Oh fuck. Ach da oben hin. Scheiße. Oh fuck. Wes Impact. Ich werde des wohl sterben. Patrick, Achtung. Ich bin oben. Nein! Jockey! Patrick, kommst du ruf? Oh fuck! Okay, 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 ich hab dich ab, ich hab dich ab, ich hab dich ab, ich hab dich ab. Sind da hinten noch Medik? Hier liegen noch Monatshaus. Ich hab noch Medik in Achtung. Ja lass erstmal hier Feuer. Hab ich. Hab ich. Okay, ich brauch grad noch was platzieren. Nein! Tobi! Boah. Alter, das war ein scheiß Bug gerade, Gott sei Dank. Boah, wie er durch die Dings geschossen hat. Boah, ich hab noch ein Leben. Wie er seine gubische hässliche Zunge hat durchgeschossen hat. Tank, oder? Tank. Das war's. Du bist erledigt. Ja, ich bin tot. Tank hat mich. Tobi, ist noch eine Rohrbombe oder sowas? Nee, ich hab gar nichts mehr. Scheiß, wie soll ich denn? Scheiße! Fuck! Ja, ich kann's klicken. Pack das niemals. Ja. Und tschüss Sascha. Scheiße! Scheiße! Das ist so schlecht! Das ist so schlecht! Oh ja, Leute, holen! Diese Video, dieses Video, dieses Video, das ist ja einfach eine Füße für uns! Ey, ey, ey! Ich hab wirklich auf die Scheißidee da sofort geschritten zu stellen! Ah, ja, ja, alter Taros ey! Keine Chance! Oh Gott ey! Oh Gott! Und da sind wir wieder! Die war ich auch noch nicht, Tobi. Fuck! Kommt der irgendwie bekannt vor. Wir brauchen irgendwas gegen die Tanks. Am besten, wie gesagt, Shotgun mitnehmen. Scheiße! Den haben wir verpasst! Dieser Apokalus bringt auch nicht zu nerven. Okay, los geht's. Oh, das tut gut. Nee. Shotgun. Schnauze! Bitch! Dreckiger Zombie! Scheiße! Oh, was ist los mit dir? Alter, wie schwer ist das der? Nein, ich kann mich beherrschen! Oh, Tobi, sexy Ass hast du! Alter! Ich bin dann 7 Days to Die! Ja, wie schon! Bloß in das Loch, wo wir reingefallen sind! Ja, Folge 2 unbedingt von 7 to Die! Geist angucken! Ihr habt noch nie in euer Leben so gelacht! Außer bei... Art is live! Art is live! Art is live! Durch bis New Orleans! Das ist ja ein super Plan! Ja, super! Wieso brauchst du ein verficktes Auto eigentlich 13 Kanister, dass man damit losfahren kann? Echt, ey! Oh, da ist meine Freundin! Hey, Jesse, komm rein! Alter! Oho! Ja, Jesse, wa? Ja! Oh, Adrenalin! Gebt ihr drei da lang, oder? Warum bist du eigentlich immer alleine? Tobi! Hm, was? Oh! Na, fuck! Jockey! Ja, super! Mach den Druck! Ja, ne? Ich verabschiede mich dann an dieser Stelle. Nein, warte, wir holen dich. Echt? Ja. Wird knapp, ne? Das wird sehr knapp, ja. Ne, das schafft ihr schon. Ich bin jetzt bei dir. Oh, geil! Bedeckung, Alter. Warte, hinter mir, mach doch was! Ja, ich mach doch! Mann! Das ist immer mal gut hier. Meine Fresse. Scheiß Dreckszombies. Oh nein. Machen die denn hier? Piss dich. Kein zu Hause, oder? Ich muss kein Leben. Hier. Ja, danke, Tobi. Hier. Oh, ich bin so schlau. Ich bin so schlau. Und den Benzinpreisen? Nein! Alter! Was war das? Großartig. Was passiert? Auch nix. Oh, cool, ich hab Pause. Komm schon. Lalalala. Vier haben wir. Ja, fünf haben wir. Ich hau den nächsten rein. Ich hab's. Ich hab's. Oh, da hinten liegt noch einer. Oh, fuck. Das ist so böse. Boah, das sieht fast so gut aus wie eben. Oh, das ist so böse. Ja, Charger. Tobi, gib mir Deckung. Oho, der hat abgehoben ist, Alter. Richtige Type. Oh, jau! Okay, wo sind noch welche? Da oben, wie kommt man da oben hin? Über die Treppe? Entschuldigung, ja. Nein! Was meinst du denn? Was denn? Boah! Hey, wie kommt man denn da unten? Moment, ich geh mal in deine Sicht. Oho, ich bekomm grad Besuch. Du kannst ja auch die Scheiben kaputt schießen, ne? Ja, ja. Boah, selber heilen, selber heilen, selber heilen. Hallo? Nein, 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 nein. Zombie, verpiss dich. Boah. Nein! Nein, Hunter. Scheiße. Hallo? Ja, ich kann von dir aus nicht treffen. Scheiße. Probier runterzukommen. Warte, ich geh mit, warte, ich geh mit. Wir haben hier oben eh alle Kanister. Warte, 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 warte. Nicola's Cage ist tot. In Define, ne? Ne. Bist du kompletten tot? Hunter. Ihr sind Hunter. Ja, das war's. Nein, 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 nein. Tobi, mach was Tobi! Hätte das Volk! Hätte das Volk! Ja, das war's. Ja, das war's. Du fickende Blöde! Drecksau! Scheiße, es kommt mit Tank! Der kommt immer schön am Ende. Ich bin tot. Das kann doch nicht wahr sein. Tobi, du schaffst das. Tobi, der will mit dem Kopf gegen jemand. Tobi! Tobi! Doppel-Pedetration. Geh weg. Hallo, 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 hallo. Pass auf, Tobi. Deiner auf 5 Uhr. Lass mich mich heilen, lass mich mich heilen, Nein, nein, nein. Alter, wir schaffen das nie. Schaffen wir auch nicht. Komm, und weiter. Aber vielleicht erfahren wir das ja in der nächsten Folge. Nee, komm, Alter. Das machen wir in der nächsten Folge jetzt. Nächste Folge. Hat viel Spaß gemacht. Alter, eine Folge hier voll lauter. Bist du bekloppt? Eine Katastrophe? Ist das das ganze Let's Play schon so? Da muss ich mir recht geben. Ja, in diesem Sinne. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschau, Freunde.